Hallo Leute, ich habe mir heute meine Nägel lackiert und habe mit Entsetzen festgestellt, dass ich keinen passenden Lippenstift hatte. Also bin ich zum DM gegangen, um mir einen Lippenstift in so einem Babypink zu kaufen, weil ich tatsächlich keinen so richtig Babypinken Lippenstift habe. Und ich habe einiges gefunden und ich habe mir gedacht, ich mache so ein kleines Lippenstifte-Video. Ich habe natürlich auch noch einige andere Sachen gefunden, aber da mache ich ein extra Video dazu, damit es jetzt nicht so ewig lang wird. Und einmal habe ich mir, das ist natürlich kein Babypinker Lippenstift, sondern ein Babylips, aber ich wollte unbedingt noch einen haben. Ich habe mir in Amerika einen gekauft, diesen Meso-Lilanen Lippenstift. Und jetzt gibt es den in Deutschland ja auch und ich habe mir den Cherie-Me geholt. Ich kann ihn mal aufmachen und euch zeigen, wie die Farbabgabe ist, weil ich glaube, das ist auch ganz wenig nur, wenn ich ihn aufbekomme. So, ich habe es geschafft. So sieht er aus, aber aufgetragen kommt nicht viel dabei raus. Also so, wenn man jetzt wirklich mehr hernimmt. Aber er riecht total lecker. Riecht total so nach Kirschbonbon. Richtig gut. Ich finde die einfach total süß, diese Babylips. Ich steht da total drauf. Ich finde, das ist perfekt für unterwegs, wenn man irgendwas dabei hat, was die Lippen pflegt und so ein bisschen eine Farbe drauf macht, weil meine Lippen sind von Natur aus irgendwie ziemlich blass, sage ich mal. Und deshalb finde ich sowas einfach echt total schön. Also musste ich mir so einen noch kaufen. Und ich sage euch auch, wie viel der gekostet hat. 2,45 Euro. Also probiert die mal aus, falls ihr die noch nicht kennt, weil die sind echt gut. Und jetzt zu den Babypinken Lippen, die ich unbedingt haben wollte. Ich habe mir von Manhattan einen gekauft. Und zwar ist es aus der Perfect Creamy and Care Collection. Und die Farbe nennt sich 57D. Und der Gute sieht so aus. So sieht er aus. Voll schön. Und aufgetragen. Der ist wirklich so total cremig und nicht sehr schimmrig. Sieht er so aus. Ich hoffe, ihr seht, dass da hier so das Licht herkommt. Total cool. Und diese Farbe passt perfekt zu meinem Nagellack. Aber der riecht so ein bisschen süßlich. Aber so ein bisschen komisch irgendwie. Aber nicht schlecht. Also riecht ganz angenehm. Und der hat gekostet 2,35 Euro. Was ich echt sehr günstig finde. Ich wusste gar nicht, dass die Manhattan Lippenstifte so günstig sind. Echt gut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Konsistenz ziemlich gut ist, dass es sehr, sehr gut hält. Also man kann hier so ein bisschen drüber gehen und es verschmiert zwar so ein bisschen, aber irgendwie nicht viel. Also ich denke mal, der hält auch relativ lang. Das werde ich mal ausprobieren. Dann habe ich mir noch zwei Lippenstifte gekauft, weil einer reicht ja nicht. Ich habe mir von Catrice noch einen geholt. Und das ist aus der Ultimate Shine Kollektion. Und ich finde die Verpackung voll schön. Das ist so silbrig. Und hier unten sieht man dann die Farbe. Und die Farbe ist Nummer 60 Don't Pink and Dry. Was ich auch einen sehr süßen Namen finde. Und das ist kein Babypink, sondern so ein, ja, Hot Pink. Aber der ist so vom Auftragen her total angenehm. Also so voll, geht voll leicht drauf. Und also fühlt sich vom Auftragen her sehr gut an. Das ist der hier unten. Es ist jetzt nicht so gleichmäßig irgendwie. Aber, und der lässt sich auch sehr, sehr leicht verschmieren. Also das ist eher so ein bisschen sehr glossig auch das Finish. Was ich aber auch sehr hübsch finde. Und die Farbe finde ich auch total schön. Also ich finde, man muss einfach pinke Lippenstifte haben in allen Variationen. Und so ein Hot Pink habe ich eigentlich nur in Matt. Und das weiß ich nicht. Finde ich, ist bei mir irgendwie nicht so gut, weil ich ziemlich kleine Lippen habe. Also ist so was Glossiges irgendwie besser. Und der ist echt gut. Aber der riecht wirklich nicht so gut. Ich mag das aber nicht, wenn Lippenstifte so ein bisschen eklig riechen. Und der riecht so, ja, nach Lippenstift halt. So. Ja, aber nicht schlimm. Und zu guter Letzt habe ich mir noch einen gekauft. Den habe ich nämlich bei der Niki gesehen von Niki's Beauty Channel. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist von Essence aus der, ähm, wie heißt die Kollektion? Ich glaube, Ultimate Stay oder irgendwie so. Und die Farbe ist 07 Natural Beauty. Und der sieht so aus. Und so einen ähnlichen habe ich von, aus der Kate Moss Collection habe ich so einen ähnlichen. Aber der, den ich habe, der ist dunkler. Und der ist so. Und das finde ich auch total schön. Wenn man dann nur so ein bisschen was davon aufträgt, dann sieht es total schön und dann sieht es sehr natürlich aus. Weil ich mag nicht so dieses Nude, was so sehr hautfarben und hell ist. Sondern ich mag es eher so, wenn es so neutral ist, aber so dunklere, so ein bisschen so eine Beere geriechen. So wie das eben. Und das finde ich total gut. Und den habe ich bei ihr gesehen. Dann habe ich mir gedacht, ich muss mir den auch kaufen. Und der hat, ähm, wie viel hat der gekostet? Gar nicht. Finde ich gerade nicht. 2,45 Euro, glaube ich. Oder 3 Euro. Irgendwie so 2, 3 Euro. Also auch nicht super viel. Ja, das waren die Lippenstifte, die ich mir gekauft habe. Eigentlich wollte ich ja nur diesen einen. Aber ihr kennt das ja bestimmt. Wenn ihr wissen wollt, was ich mir sonst noch alles gekauft habe, was ich eigentlich nicht unbedingt gebraucht habe. Doch, eine Bodylotion. Die habe ich tatsächlich gebraucht. Den Rest allerdings nicht. Dann guckt einfach demnächst wieder bei mir rein. Das Video kommt dann irgendwann in den nächsten Tagen online, würde ich sagen. Beziehungsweise in der nächsten Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Beziehungsweise ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ich das Video hochlädt. Und wir sehen uns dann hoffentlich sehr bald in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.